Hi und herzlich willkommen zu meinem Dungeon Boss Guide zu Leymour, den ersten Encounter aus dem Azurblauen Gewölbe. Ja, dieser Boss ist hier so ein riesiger Steinelementar. Wenn man ihn gleich angreift, lässt er nach kurzer Zeit in der ganzen Bosskampf-Arena hier so Bäume spawnen. Das sieht man hier. Diese Bäume sind nicht angreifbar und man kann sie nur entfernen mit den Fähigkeiten, die dieser Boss hier macht. Die erste Fähigkeit ist insoweit ein Tank Frontal, den der Tank letztendlich steuern kann. Das sieht man gerade hier. Das ist so ein kegelförmiger Bereich und ja, alle Bäume, die in dieser Zone drin stehen, die werden gleich entfernt. Das spawnen dann so Edds. Die müssen schnell von dem Tank eingesammelt und von uns CDs weggenugt werden. Ja, und die zweite Fähigkeit, mit welcher man diese Bäume entfernen kann, das sieht man gleich. Alle Spieler bekommen, bis auf den Tank, hier so ein Debuff. Mit diesem Debuff läuft man dann quasi an diese Bäume heran. Und ja, nach der Explosion, die euch ein bisschen Schaden gibt, werden dann letztendlich die Bäume entfernt. Es kommen wieder Edds, die dann wieder weggenugt werden müssen. Ja, und das ist halt sehr, sehr wichtig für das Ultimate, das man gerade gesehen hat. Das Ultimate nennt sich Consuming Stump. Das ist wirklich ein ziemlich heftiger AOE und der Schaden von diesem Consuming Stump ist erhöht, um einen gewissen prozentualen Anteil. Ich glaube, auf die Produkte, die beim Test waren es 20% pro Baum, der stehen bleibt. Das heißt also, ihr müsst wirklich, je höher ihr entsprechend im Mythisch Plus, je ihr den Key spielt, umso mehr Bäume entfernen, weil ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad, wenn ihr nicht alle Bäume entfernen würdet, dann würde euch das letztendlich dann das an dieser Stelle töten. Ansonsten, die Fähigkeit, mit der sich der Tank auseinandersetzen muss, das ist im Endeffekt nichts anderes als das regelmäßige Arcan Damage nochmal zusätzlich auf den Tank gewirkt wird. Bloß 10 Sekunden lang ein Debuff, der extra Arcan Damage verursacht an dem Tank. Das ist dann insofern wichtig, wenn hier diese kleinen Adds spawnen, die dann letztendlich auch Arcan Damage auf den Tank machen, dass dort entsprechend mit, ja, Def-Fähigkeiten vom Tank gearbeitet wird. Zusammengefasst ist bei dem Bosskampf also nur Folgendes wichtig. Die Bäume zerstören vor seinem Ultimate, weder durch den Explosions-Debuff oder durch den Tank-Frontal. Und Def-CDs, wenn der Stomp gewirkt wird. Ja, in diesem Sinne habe ich euch wieder alles erklärt, was man zu diesem Bosskampf wissen muss. Wenn euch der Content gefällt, lasst doch ein Follow-Door YouTube, Twitch, Magic, WL. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao und bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020